Dein Besuch im Galaxy Erlebnis, Entspannung und Wohlfühl Eintrittstickets sind in einer begrenzten Kapazität täglich vor Ort erhältlich. Bitte beachte dies bei deiner Anreise. Es ist möglich, dass Ticket-Kontingente bei deiner Ankunft erschöpft sind. Solltest du dich unwohl oder krank fühlen, bleibst du besser zu Hause, damit du dich und andere Menschen schützt. Unsere hohen Hygienestandards gelten grundsätzlich. Wir reinigen täglich mehrfach unsere Anlage, desinfizieren alle Bereiche und filtern permanent das Wasser im Becken. Damit steht deinem Badevergnügen nichts im Weg. Vor und nach dem Baden bitten wir dich, gründlich mit Seife zu duschen. Beachte dabei stets die allgemeingültigen Abstandsregeln. Gegenseitige Rücksichtnahme beschert allen Besuchern einen tollen Badeausflug. Spezielle Hinweise vor Ort zeigen dir, wo du deine Masken aufsetzen musst. An der Kasse, im Restaurant, beim Rutschen sowie bei der Benutzung von Whirlpools und Saunen können außerdem weitere, besondere Regeln gelten. Unser Team und die Hinweisschilder helfen dir dabei, dass dein Aufenthalt entspannt bleibt. Wir wünschen dir eine gute Zeit und jede Menge Badespaß. Dein Team, der Jena A. Bäder.